Hier sind wir wieder, euer Nummer 1 Online-Shop für China-Smartphones und heute zum Unboxing und Hands-on das Huawei Honor 20S Smartphone. Ja, erhältlich mit 6 plus 128 oder 8 plus 128 GB in den Farben Weiß, Schwarz oder Blau und wie immer alles andere nach dem Intro. Schön, dass ihr wieder da seid, das Honor 20S wird angetrieben durch den hauseigenen HiSilicon Kirin 810. Ja, gibt es in der Farbe Weiß, Schwarz und Blau, hier natürlich in meinen Händen die Farbe Weiß. Also auch ein bisschen hier mit 3D-Effekt dabei auf der Rückseite. Wir haben eine Triple Cam verbaut, 48 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel Weitwinkel und 2 Megapixel Tiefenschärfe-Sensor. Hier auch schon gleich auf der Seite zu sehen, im Metallrahmen angeordnet, der Ein- und Ausschalteknopf, welcher auch gleichzeitig als Fingerabdrucksensor fungiert. Während das Handy bootet, hier mal weiter einfach wie immer durch den Lieferumfang uns wühlen und hier kommen wir dann zum Daten- und Ladekabel USB-Typ C also dabei. Dann haben wir hier auch noch einen Typ C auf 3,5 mm Klinkenbuchsenadapter. Können dann auch schon hier daraus schließen, dass das Smartphone selbst keinen Klinkensteckeranschluss hat. Also liegt hier mit bei. Auch schön bei manchen Geräten wie zum Beispiel dem OnePlus 7T, 7T Pro gibt es diesen Adapter hier nicht mit dazu im Lieferumfang. Ja und geladen wird der 3.750 mAh Akku hier mit Huawei Quick Charge, 10 Volt, 2 Ampere maximal, also 20 Watt. Akkukapazität gleiche wie im Honor 20 oder im Honor 20 Pro. Und wie immer dann hier natürlich der Hinweis, solltet ihr aus deutschsprachigen Ländern bestellen beziehungsweise aus den meisten europäischen Ländern legt hier schon ein Stecker Typ C Adapter mit dabei. In Malta oder Großbritannien dann natürlich auch ein passender Stecker. Das mal so als Info. Ja, die SIM-Nadel mag noch nicht. Schauen wir mal, ob wir hier rückseitig rankommen. Na, ja, also kleiner Kampf, aber geschafft. Dann liegt hier im Lieferumfang bei eine Silikonhülle. Also auch hier natürlich für den seitlichen Fingerabdrucksensor eine Öffnung. Hier unten auch Lautsprecher, Ladebuchse. Und was haben wir hier noch? Mikrofon natürlich. Ja, hier oben dann auch noch Mikrofon und Infrarotschnittstelle. Dem Anschein nach allerdings gibt hier Huawei in der Artikelbeschreibung in den Spezifikationen nichts spezifisch bezüglich der Infrarotschnittstelle. Und deshalb unter anderem auch nicht bei uns im Shop in der Artikelbeschreibung gelistet. Was hier auch noch zu erwähnen ist, also ab Werk ist hier schon eine Displayschutzfolie aufgezogen worden, wie ihr sehen könnt. Allerdings ist diese hier zweischichtig. Also ihr müsstet hier an der Ecke zum Beispiel die oberste Schicht abziehen und habt dann hier eine saubere Displayschutzfolie direkt schon auf dem Display mit aufgetragen. Das als Hinweis. Ja, das wäre es dann fast mit dem Lieferumfang. Wir haben natürlich noch eine Garantiekarte in Mandarin. Wir haben natürlich noch eine Schnellstartanleitung fürs Honor 20S. Zwei Nano-SIM-Kartenpassereien, keine Speichererweiterung möglich. Und wir halten natürlich wie immer die Augen offen für den SAR-Wert. Kleiner 2 Watt pro Kilogramm. Und last but not least darf natürlich dann hier auch nicht die Kontrollliste fehlen von uns für euch. Denn wir testen alle Geräte persönlich vor dem Versand an euch, damit ihr ein makelloses, einwandfreies Smartphone bekommt. Das Smartphone hier vor uns, das Huawei Honor 20S mit 6,26 Zoll großen TFT-LCD-Display. Full HD-Plus-Auflösung 1080x2340. Und anders als bei den Huawei und Honor Geräten, bei den meisten zumindest, kommt hier nicht EMUI zum Einsatz als User-Interface, sondern Magic UI, wie unter anderem vom Honor Magic 2 bekannt, dem Slider-Smartphone. Wir schauen dann mal hier kurz noch in die Peripherie, an die Peripherie. Also der seitliche Fingerabdrucksensor fungiert hier gleichzeitig als Ein- und Ausschalteknopf. Wir haben darüber dann die Plus-Minus-Lautstärkewippe im Metallrahmen angebracht. Hier oben angesprochen, Öffnung fürs Mikro und Infrarotschnittstelle der Telefonhörer auch eckig. Hier mal nicht so lang gezogen wie bei den vorherigen Modellen. Also auch eine Neuheit, möchte man mal sagen. Ja, Stanzloch-Frontkamera, Punchhole-Frontcam, also die Frontkamera mit 32 Megapixeln hier im Display integriert. Auf der linken Seite dann der SIM-Slot. Schauen wir mal da rein. Also zwei Nano-SIM-Karten passen rein, keine Speichererweiterung möglich. Und dann hier unten eben Mikrofon, USB, Typ-C Ladebuchse und die Öffnungen für den Lautsprecher. Schmuck, 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 48 Megapixel AI Vision Hauptkamera, 1,8 Blendenzahl. Autofokus, die anderen zwei Sensoren mit Fixed Focus, EIS, also elektronische Image-Stabilisierung, wird auch unterstützt von den Kameras. Ja, und dann schauen wir hier einfach mal weiter durch Play Store. Aufgrund des Handelskriegs zwischen der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es ja hier ein paar Einschränkungen. Die man so in den Medien mitbekommt. Also wir installieren hier soweit möglich auf allen Huawei Smartphones und Tablets den Google Play Store und die Google Dienste für euch vor. Wie hier eben auch zu sehen, sollte in den wenigen Ausnahmefällen mal der Google Play Store nicht mit vorinstalliert worden sein, kann es a. daran liegen, dass wir es schlichtweg vergessen haben, Entschuldigung, oder b. das Gerät nicht vom OTA, von der Firmware her auf dem neuesten Stand war. Also wir updaten auch alle Geräte direkt vor dem Versand auf die neueste Firmware-Version, installieren dann den Google Play Store vor. Und was zu beachten ist, also dass diese Google App hier mit diesem G nicht deinstalliert wird, da anschließend nach einem Neustart der Google Play Store wieder weg wäre. Also das mal so zur Info. Wie gesagt, wir haben eine deutschsprachige Anleitung. Wir haben alle benötigten APK-Files und Dateien für euch. Ihr könnt den Play Store auch im Fall der Fälle schnell und einfach selbst installieren auf den Geräten oder auch unseren Technikpartner in Deutschland kontaktieren, der euch gerne dabei behilflich ist. 412 ppi, also Pixel per Inch, die Pixeldichte hier vom Full HD Plus Display. Ja, auch die Magic UI ist hier sauber übersetzt. Optisch nicht viel Unterschied zu EMUI. Der Kirin 810, wie gesagt, treibt hier das Honor 20S mit 2,2 GHz Taktung an. Wir haben ABGNAC Dual Band Wi-Fi. Wir haben Bluetooth 5.0 Easy Projection auch, wie üblich bei den Huawei Geräten. Stadtbildschirm und Hintergrund. Ihr seht also auch, wie immer bei den Huawei Geräten ab Werk quasi schon eine Global ROM mit vorinstalliert. Wird auch sehr, sehr, sehr gut übersetzt hier in die ausgewählte Sprache Deutsch. Da gibt es tatsächlich nichts zu bemängeln. Augenschon-Modus, Schriftart und Größe könnt ihr hier ändern. Die Schriftart ebenfalls. Bildschirmauflösung Smart, also zum Akku sparen oder dann eben Full HD Plus mit diesen 1080 x 2340 Pixeln Auflösung. Weitere Anzeigeeinstellungen. Ja, ihr habt hier keinen Bock auf diese Punch Hole Notch, wie sie genannt wird. Einfach einen schwarzen Balken drüber lagern und schon ist die Notch weg. Aber eigentlich gewöhnt man sich hier schon recht schnell an die Sache. Töne, Benachrichtigungen, Apps immer das gleiche. Der Akku, wie gesagt, 3750 mAh, Speicher, beide Varianten mit 6 oder 8 GB Arbeitsspeicher, jeweils 128 GB internen Speicher, wobei hier dann auch schon etliches vorinstalliert ist. Natürlich das Betriebssystem und Apps, Digital Balance, einfach, dass ihr hier euch ein bisschen schont und nicht allzu viel am Smartphone Display hängt. Fingerabdruck-ID seitlich, Face-ID hier vorne mit der Frontkamera in Sperrpasswort ist natürlich auch möglich, PIN oder eben Mustereingabe. Intelligente Unterstützung, wir haben die Bedienungshilfen, wir haben den Einhandmodus, wir haben Verknüpfungen und Gesten, Ultraschnappschuss, Screenshot erstellen, Anruf annehmen. Schauen wir mal hier rein, auch eine kleine Animation und ein Informationstext, also alles mit dabei. Digitales Headset. Dann seht ihr hier auch schon, weil eben der Google Play Store und die Dienste vorinstalliert sind, kommt hier als weiteres Einstellungsuntermenü Google zum Vorschein. Ja, und System natürlich über das Telefon, Magic UI, wie hier zu sehen, Honor 20SS, YAL-AL50, die Modellnummer, Magic UI 2.1.1, Android 9. Kirin 810 8 Plus 128 Gigabyte. Software-Aktualisierungen, wie gesagt, bekommt ihr rein, OTA-Updates, hier bei den Huawei-Smartphones. System-Navigation auch wieder, entweder per Gesten, drei Tasten-Navigation oder über den NaviDot möglich. Und last but not least hier im Einstellungsmenü natürlich die vorinstallierten und verfügbaren Sprachen. Also hier ist auch immer etlich was geboten. Auch nicht vergessen darf man hier anzusprechen, dass das Honor 20S eine LED-Benachrichtigungsleuchte hat. Das selbe kommt dann hier wieder im Telefonhörer oben zum Vorschein. Mal ausgesteckt. Schwarzer Bildschirm. Einstecken. Und da haben wir sie. Ja, GPU Turbo 3.0 Modus ist auch mit dabei. Also für euch Zocker da draußen, wenn ihr ein bisschen das Handy zum Spielen nutzen möchtet. Wie gesagt, wir haben einmal Weitwinkel, wir haben normale Cam und zweifach optischer Zoom. Ihr könnt da natürlich auch noch näher reinzoomen. Ihr seht in weißen Balken, also hier optisch. Das Ganze bis zu 6-fach Hybrid-Zoom also möglich. Kommen dann hier schon ziemlich nah wieder an die Android-Figuren hier dran. Videos mit der Hauptkamera-Auflösung 1080, 30 Frames per Second maximal möglich. Zusammenschnitt, aha, AI-Effekt. Also das mal was Neues hier da mit dabei. Mehr Zeitlupe, super Makro, Zeitraffer, Lichtmalerei. Also hier ist ziemlich viel Auswahl geboten auch. Foto mal hier reinschauen. 12 Megapixel bzw. eben 48 Megapixel AI Ultra Clarity möglich. Auch hier schön zu sehen, alles sehr gut übersetzt. Porträt-Modus natürlich, Nachtmodus und AR-Objektive. Also mit den AR-Objekten, dann geht er dann direkt in die Frontkamera. Ja, Frontcam, wenn wir schon da sind, 32 Megapixel hier. Und Videos kann man aufnehmen, auch mit 1080p und 30 Frames per Second. Wunderbar. Dahin gehen dann auch wieder der Abschluss zu unserem heutigen Unboxing- und Hands-on-Video des Huawei Honor 20s Smartphones. Hier in der Farbe weiß, auch noch in den Farben schwarz und blau erhältlich. Mit 6 plus 128 oder 8 plus 128 hier bei uns im CECT-Shop. Bei weiteren Fragen, wie immer, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen, als vielen Dank fürs Zuschauen. Und nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren. Bis bald, euer CECT-Shop-Team.